Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Skies 2 mit dem übrig gebliebenen Alomite-Ding. Sie haben natürlich auch eine Quest abgeschlossen. Bada-boom! Sehr schön. Ah, da, ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir da und hier weitermachen können. Entweder bis es da gesiftet hat oder bis wir in der Nether gehen und uns da was besorgen. Aber jetzt muss ich erstmal die Achse zusammenbauen für unsere lustigen Automatation-Dingsbums-Gedönse. Zack, dankeschön. Binkes Äxtchen, yeah. Es ist hier irgendwie in meiner Nacht, habe ich das Gefühl. Dafuk. Erst Kohle. Ed Zeppling. Okay. Wo bist du? Noch ein bisschen Erde, aber... Und Sappelinge. Sappelinge, 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 Sappelinge. Sappelinge, da sind schön. Äh, Zeppling. Need X. X. X, 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 X. Man hat mir gesagt, dass es mit Tinkertools funktioniert. Was mache ich denn jetzt? Okay. Ich bin verwirrt. Ernsthaft verwirrt bin ich jetzt. Flint Hatchet. Die ist auch schon geupgradet, aber... Leute, habt ihr mir wieder Kack erzählt, Freunde? Hm? Jetzt bin ich ja meinen ganzen... Aber es kann nur verkraften, benutzt werden. Was mache ich denn jetzt? Freunde, Sachtorbat, was habt ihr mir für ein Kackmist hier erzählt? Was mache ich denn nun? Ich muss es ausprobieren. Es geht ja wohl nicht anders. Ich meine, wenn das nicht geht, dann... Dann... Läuft hier irgendwas ganz gewaltig schief. Es funktioniert. Vielleicht mal... Okay. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Was mache ich denn nun, Freunde? Das geht nicht. Worum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Geht das wirklich nur hier mehr oder was? Materialbeschränkungen oder irgendeinem Mist? Nicht das, sondern das. So vielleicht. Ohne Upgrade, ohne irgendwas. Jetzt bin ich wieder mega langsam. Mein Gott. Die nimmt er. Toll. Holy moly. Ähm. Was? Bis hier hinten? Wow. Das ist krass. Das... Warum denn so weit? Okay. Und das soll mal einer verstehen? Was weiß ich. Ist mir auch egal. So, okay. Dann platzieren wir mal hier um das Ding rum. Ein paar mehr. Wobei, nicht unbedingt hier, sondern einen weiter. Wo ist eigentlich wurscht? Oh Gott. Keinen falschen Fehler machen hier. So. No Stroh. Nee, du hast aber wohl genug. Do it. Was ist hier los? Choppy. Hm. Okay, dann mach du mal. Was auch immer du machen möchtest. Gefangen. Gefangen. Ja, ja. Hier. Das nehmen wir gleich zusammen. Rabdrehen die Dinger. Okay. Das hätten wir ja schon mal jetzt hier aufgesetzt. Dann, als nächstes, kommt der Planter. Planter ist, glaube ich, auch oben drauf. So wie da müsste eigentlich. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Steht sie dran. She should be placed one block below the ground. Okay, steht dran. Schön. Das ist nett. Gibt es hier eine Mitte? Nein. Hm. Wird es hier eine Mitte geben? Vielleicht. Flipp. Darf ich? Das geht sogar. Oh mein Gott. Guck. Nicht so aggressiv. Was nehmen wir denn als ärztlichstes? Das hätte ich gerne. Ich hätte gerne Salat. Und das. Und hiervon so ein paar. Geht das so einfach? Ich weiß es gar nicht. Wo ist mein... Wo ist mein Tomatow? Tomatow. 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 Geht mir das zurück. Ähm. Ne. Kannst du... Mach. Hier. Kannst du das? Warte. Fuel. We need fuel. Fuel, 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 fuel. Was habe ich noch da an? Fuel. Take this. Ich brauche dringend was zu essen. Was könnte ich aus Mayo machen? Brot, Salat. Das will ich machen ganz genau. Ähm. Hm. Hm. Was ist irgendwas Kleines? Fisch. Also Mayo, Brot und Fleisch. Mit diesem Ding. Fleischartig. Mayo und Brot. Warte ich doch gerade noch hier rumfliegen. Hä? Ich habe ein bisschen Weed hingetan. Weed? Hallo? Weed. Weed. Weed, 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 weed. Hä? Ich bin verwirrt. Bist du hier? Kann ja gar nicht sein. Hä? Gut. Ich habe mein Weed verloren. Nice. So. Ha. Unfassbar. So. Gut. Dann eben so. Du bist nämlich fertig, mein Freund. Du auch nicht. Äh. Mach mal hier, du da. Ich brauche, äh. Nein. Dich brauche ich. Hello? Achso, du bist fertig. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich dachte, du sägst anders aus. Aber nein. Rawfish. Doff. Okay. Ähm. Wo war ich? Ich war bei Mayo. Dies, das. Brot, Pfanne. Das war's, ja. Okay. Okay, was gibt's da? Chicken Sandwich. Also Mist, ne? Chicken Sandwich. Nom nom nom. Okay, wo war ich? Beim Blender. Beim Blender. Mein Freund. Hier haben sie Full. Waiting for what? Das ist doch Quatsch. Ich brauche meine Hohen wieder, bitte. Achso, jetzt. Haha. So, das. Und das. Range one. Heißt was? Ich weiß es nicht. Add any seeds. How about, wenn ich das jetzt mal wachsen lasse? Was passiert dann? Not ready. Warum bist du not ready? Achso, du kannst wahrscheinlich nur eins, wa? Das wäre blöd. Waiting. Diese Upgrades. Wie macht man diese Upgrades? Wenn wir eine Range von neun hätten, würde mir das sogar erst mal reichen. Upgrade. Und zwar dieses hier unten, ne? Red Stones und Stone. Gut. Das ist billig. Hier ist die Nelden, arbeitet fleißig. Oh. Weed, das habe ich vergessen. Neun. Tu was für dein Geld. Auf was wartest du denn? Das verwirrt mich. Waiting for what? So, lasst uns mal eins, zwei, drei. Eins muss hier irgendwie drin sein, denke ich mal. Ich habe keinen Plan von dem Shit, aber puh. Puh, 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 puh. Und wenn ich jetzt nachhelfe. Passiert wahrscheinlich überhaupt nichts. Warte mal, wie ist es, wenn ich ihm das dafür gebe? Nein. Auch nicht? Nein. So, gar nicht. So, nein. So. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass bei anderen immer alles sofort funktioniert. Und bei mir nie auch nur irgendwas funktioniert. Was ist denn hier los? Warum? Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Tja. Pech gehabt. Wie schaut es hier aus? Du arbeitest irgendwie auch nicht vernünftig, kann es sein? Waiting. Waiting for what? Holy moly. Okay. Was ist denn da passiert? Gut, dann räumen wir jetzt hier mal ab. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. So, weg, weg. Das kann nicht bleiben. So, dann will ich dem Ding aber noch ein paar Upgrades verpassen, definitiv. Hüppdi, 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 ja. Hüppdi, hüppdi, juhu, juhu. Und zwar brauche ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 24, 26 davon. Also 26 Reichweite. Oder so, das reicht auch schon. Hier ist nämlich noch weg. Das will ich nämlich da jetzt nicht haben. Ja, toll. Nja. Ähm. So. Hüpp. Ach, nö, schon wieder. Nö, ich schon wieder. Komm her. Blödes Ding, blödes. Okay, also es fehlen noch. Äh, ein Upgrade sollte, glaub ich, reichen. Und dann haben wir die Baumfarm quasi schon mal irgendwie fertig, ready-ish, würde jetzt der Engel nur sagen. Äh, naja. Ja, ein hübscher Kreis, das Ding steht und wartet auf Arbeit, hat Holz zum Verdingseln, eine Flint-Hatchet, wobei diese nicht sehr lange halten wird. Warum auch immer der meine Menü, äh, Alu-Mait-Ding nicht nehmen will, das ist ein bisschen scheiße. Was sonst, was sonst, was sonst. Lustigerweise hat das Ding ja mal eine Hatchet genommen, aber es will nicht pflücken. Und nachpflanzen will es auch nicht, das ist nicht, nicht nett. Was ist das? With Upgrade? Was? 5-4. Nice. Ähm. Mhm, mhm. Milk, Milk-Upgrade, cool. Shearing-Upgrade, nice. Nice. Ach so, stimmt. Ähm, na okay, wir haben jetzt die... Ja, ja, schon. Ich glaub, ich mach mir noch mal eine Flint-Hatchet, vielleicht hilft das ja wirklich, vielleicht liegt es an einem Tool. Ich hab keine Ahnung und ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht weiter, von daher. Machen wir mal, gucken wir mal, ob das für mich echt funktioniert. Also, ich brauche erst mal einen neuen Dingensier, Schuffel. Danke. Äh, nein, ja, hier, da gibt mir das. Danke, tschüss. Wie rum? Flint, Madhocke. Das sollt ja wohl... Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Rangeline. Und dann immer ganz rumgehen und hier, hüp, nimm dis und dann krieg ich das zurück. Danke. Hilft nicht. Guckt nicht so vorwurfsvoll, ich kann da nichts für, Freunde. Es funktioniert nicht. Okay, ich muss mich dann mal reinlesen, glaube ich, ansonsten. Ich krieg einen Anfall. Ah ja, wahrscheinlich werdet ihr mir jetzt mal wieder meine Kommentare zuspammen, obwohl ich mich fünf Minuten nach dieser Aufnahme direkt damit beschäftigen werde. Warte, aber hey, das ist ja... Ne? Ist das jetzt normal? So ist das normal. Okay, warte mal. Wir haben mal eben kurz noch einen Baumkampf. Äh, hier. Fertig. Und dann... So, nein. Haben wir es hier dann auch endlich hübsch. Und... Daneben. Daneben. So. Okay, ähm, wenn ich jetzt... Ich müsste noch ein paar Fackeln platzieren, glaube ich. Sonst haben wir da ein kleines... Nichts Problem. So. Okay, okay, okay. Dann gucke ich mir jetzt mal Progressive Automation an. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.